Kurkuma ist ein bekanntes Gewürz, das in verschiedenen Gerichten und Getränken zu finden ist. Oft wird es für medizinische Zwecke eingesetzt, da es viele gesundheitliche Vorteile liefert. Gerne wird es aufgrund seiner leuchtenden orange-gelben Farben auch als Farbstoff verwendet. Im heutigen Beitrag erfährst Du 5 Gründe, warum jeder jeden Tag Kurkuma trinken sollte. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst Du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für Dich hochladen. Nummer 1 Du kannst effektiv Gewicht verlieren Der erste Grund ist, dass Kurkuma Dir beim Abnehmen helfen kann. Kurkuma verhindert übermäßiges Wachstum von Fettzellen und verhindert somit, dass diese sich entwickeln und in Deinem Körper abgelagert werden. Auf diese Art und Weise kannst Du nicht an Gewicht zunehmen, da Deine Fettzellen nicht mehr wachsen. Natürlich braucht es für eine gezielte Gewichtsabnahme auch eine gesunde Ernährung und Sport. Dennoch ist der positive Effekt von Kurkuma bewiesen. Außerdem ist Kurkuma das Element, das Dir hilft, Entzündung aufgrund der Fettleibigkeit loszuwerden. Bis zu einem gewissen Grad hat Kurkuma auch Ballaststoffe, die die Fettspeicherung effizient einschränken und so die Fettverbrennung fördern. Diese Effekte ergeben sich, da das Gewürz viele wertvolle Bestandteile wie ätherische Öle, Kalium, Vitamin E, Vitamin C, Calcium, Eisen und Zink enthält. Nummer 2 Kurkuma verbessert Deine Verdauung und beugt der Kältung vor Da Kurkuma für viele medizinische Zwecke eingesetzt wird, ist es eine ideale Lösung, um alle Krankheiten in Deinem Körper zu heilen. Es hilft bei der Aufrechterhaltung des Magendarmtraktes, bei Appetitstörungen und bei der Linderung von Krankheiten, die mit den Gallenausscheidungsorganen zusammenhängen. Dies hat eine überraschende Auswirkung auf Gastritus und Magengeschwüre. Es beugt Magen- und Verdauungskrankheiten vor und lindert Bliehung und Durchfall ohne Medikamente. Des Weiteren hilft das Gewürz Dir dabei, Entzündungssymptome zu reduzieren und Erkältung effektiv vorzubeugen. Es hilft Dir eine laufende Nase, Nasennebenhöhlenentzündung und verschiedene damit verbundene Symptome loszuwerden. Es lindert Entzündung, Juckreiz und alle Beschwerden aufgrund von Kälte. Auch gegen Grippe kann Kurkuma vorbeugen. Es stärkt also Dein Immunsystem und hilft Deinem Körper dabei, Keime, Bakterien und andere Mikroorganismen, die für Erkältung und Husten verantwortlich sind, vollständig zu bekämpfen. Nummer 3 Kurkuma reguliert den Blutdruck und senkt das Krebsrisiko Die Einnahme von Kurkuma wird besonders bei Patienten mit hohem Blutdruck empfohlen. Es ist für Menschen mit Bluthochdruck geeignet, dass ebenfalls Entzündungen im Körper lindert. So wird einem hohen Blutdruck sowie einem hohen Cholesterinspiegel effizient vorgebeugt. Es verbessert sich nicht nur Deine Durchblutung, sondern reinigt auch Dein Blut. So hilft es Dir, die arterielle Hypertonie loszuwerden. Es senkt zudem das Alzheimer-Risiko und den Blutzuckerüberschuss. Auch bei Krebs kann Kurkuma effektiv vorbeugen. Es hat die Fähigkeit, verschiedene Krebsarten wie Rektum, Prostata, Brust- und Lungenkrebs zu lindern. Es ist in hohem Maße mit einem bestimmten Stoff gefüllt, der die Entwicklung von bösartigen Tumoren hemmt. Krebszellen können sich nicht entwickeln und der Körper kann gegen die Krebszellen vorgehen. Nummer 4 Es hilft bei Stressreduktion und Behandlung von psychischen Problemen Kurkuma kann psychische Störungen wie Stress, Angstzustände, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit, Müdigkeit und Depression behandeln. Dabei handelt es sich um ein natürliches Heilmittel und arbeitet dabei dennoch in hohem Maße, psychische Störungen gründlich zu beseitigen. Bevor Du Dir nun also vom Arzt ein Medikament verschreiben lässt, das möglicherweise mit vielen Nebenwirkungen verbunden ist, solltest Du es zunächst mit Kurkuma versuchen. Dieses Gewürz wirkt sich positiv auf Dein Wohlbefinden aus und kann somit zu einer effektiven Stressbewältigung beitragen. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir immer mehr in einer sogenannten Leistungsgesellschaft leben, ist und bleibt Stress für nahezu jeden ein großes Thema. Ein natürliches Mittel zur Stressreduktion kann somit niemandem schaden und somit ist dieser Effekt ein weiterer Grund, warum Du jeden Tag Kurkuma trinken solltest. Nummer 5 Kurkuma macht Dich attraktiv Neben den vielen gesundheitlichen Vorteilen des Trinkens von Kurkuma hilft es Dir auch dabei, Deinen Tönk zu verbessern und somit besser auszusehen. Gerade wegen seiner Vielzahl an positiven Schönheitsmerkmalen ist Kurkuma auch als das goldene Gewürz des Lebens bekannt. Es hemmt Pickel, Narben, Augenringe und viele andere ähnliche Probleme. Es enthält ausgezeichnete entzündungshemmende Eigenschaften und reduziert somit Entzündung und Schwellung der vorhandenen Stellen auf Deiner Haut. Somit kann Kurkuma Dich auch attraktiv machen. Es gibt also zahlreiche Gründe dafür, warum Du jeden Tag Kurkuma trinken solltest. Das Gewürz macht Dich nicht nur gesund und bei Krankheiten vor, sondern verhilft Dir obendrein noch zu einem schöneren Aussehen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen!